Herzlich willkommen auf meinem Kanal Marcel darf es erst mal heute spielen wir in der Runde CSGO 2 das erste Mal das Spiel spielt im einen Teil habe ich noch ein bisschen gezockt aber im zweiten Teil habe ich noch nie gespielt also es ist für mich heute ein neues Game zu richten weil ich habe es ja komplett durch neu gemacht und so zumindest ist es ein neues Spiel wir zeigen gucken wir uns mal gleich an was machen wir das machen wir mal das und einfach gegen reich wir sehen uns dann gleich in der Runde wieder bis gleich ich glaube ja dass das über der übung ist aber training oder das richtig ich glaube das ist das training also das ist training so aufwärmen die gedanke sieh doch wir haben die 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 morgens der war ein da in die olja ach so wie spielt der match sagt mir das doch mal wer und ich denke die ganze spiel dieser wernphase dankeschön kollegor haben wir jetzt auch mal sagen wird glücklicher oh let's go weiter rein da ich muss nicht letzter werden das ist mein ziel Prozent Degar was war immer das für hüßt man oder den konnte ich nicht treffen okay der war zu schnell für mich Degar Degar Nein wieso warum warum ich muss verstehe es gerade nicht so ganz aber okay so jetzt nachladen jetzt rein da naja nicht geht will ich jetzt erst mal mehr sagen weg mit dem Übeltäter Degar Degar sterben ist es zumindest mal nicht würde ich mal sagen naja 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 okay wieso spricht hier nochmal eine Frage Degar und das macht mir keinen spaß nein nein weil das keine spaß war ja ich sterbe ja da wo also wenn man reine spüren so oft die wenn ich sterbe dann wenn man spüren wieder wenn ich sterbe ich mich dann müsste ich einen Schott trinken und dann die haben wir stutzbetrunken für mich immer da kann man doch nicht klar ich will na gut habe ich gesagt dass ich zu gut bin nein habe ich nicht ich bin cool ich habe wenigstens bin geneigt das bin ich cool das bin ich wirklich jetzt kann ich so oft getötet werden wie ich wie sie wollen ich bin nicht letzter ich bin froh drüber das reicht mir einfach das reicht dass ich mich letzter bin nehmen wir mal das keine Ahnung es ist jetzt man fang es an mit es ist wirklich die an der jetzt nicht sind die alle lachtöten ich finde keinen von hinten dann ja wollte ich ihn helfen nein er wollte ich nicht helfen lassen böse mensch wer ist denn er ist ja jemand von witcher oder wie das heißt er hat sich nicht bewegt mit allen zu machen schau ich dachte mir ist ein weiterer doch weil ich auf uns ja kannst du nicht erklären von zwei seiten beschossen wird kannst du auch nichts machen sie soll einfach so ja voll auch wenn sie herunter egal die laufen nur wie die jetzt naja ja gut da hat er war gut gemacht noch nicht an er hat ja schon wieder und das Ding das tun ich hier nicht Nachladen. Mit dir vor der Seite. Ah verdammt, was ich aber nebenbei klarstellen möchte, so YouTube, weil die irgendwelche Namen sind, die was vielleicht nicht rechtlich so ganz gut sind, und ich erkenne sie nicht, dann tut es mir leid, ich kann dafür nix, das sind andere User, nur hier ist klar, schnell gut. Leg er an, die hilft. Digga, wieso, wieso nicht, wieso? Oh, wie soll stirbt der nicht? Oh, na, dann wird nicht gut sein, ja, nein. So, und ich würde sagen, das war's auch mit der Wunde CSGO 2. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, und ciao, Leute, bis dann, ciao, ciao.